Ordination Dr. Rheinisch-Winkler, guten Tag. Ja, grüß Gott, Meierhofer mein Name. Mir ist am Wochenende ein Stück von meinem Zahn abgebrochen und ich habe jetzt ziemliche Schmerzen, vor allem wenn ich wo drauf beiß und brauche ich so rasch wie möglich einen Termin. Ja, Frau Meierhofer, sind Sie schon Patientin bei uns? Ja, ja. Okay, heute schaut es ein bisschen knapp aus. Halten Sie es bis morgen aus? Ja, wenn es gar nicht anders geht, ja. Morgen Vormittag aber, wenn es möglich ist. Ja, Vormittag wäre kein Problem, so um 9 Uhr. Ist das okay? Warten Sie mal, nein, 9 Uhr, um 10 Uhr geht es da auch? Halb elf, um halb elf hätte ich einen Termin. Ja? Okay, dann trage ich Sie da ein. Könnten Sie mir dann noch einmal Ihren Namen sagen, bitte? Ja, Meierhofer, ich buchstabiere. Martha, Anton, Y, Emil, Richard und Hofer. Sieglinde, Meierhofer, Sieglinde. Okay, gut Frau Meierhofer, ich habe den Termin eingetragen, dann sehen wir uns morgen um halb elf. Okay, danke schön. Bitte, wiederhören. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf. Und dann sehen wir uns morgen um halb elf.